Hallo! Ich finde das bei Phoenix sieht das nicht aus, als ob der trabt. Er hat einen guten Schritt so, das fetzt schon. Das ist ganz korat, wie der läuft. Er hat nur so einen weiten Schritt, weißt du? Ja, der Max hat damals mit dir noch Dressu gemacht. Oh, das ist ein Scheiß. Jetzt haben wir auch den neuen Staub hier drinnen. Ja. Also die muss übrigens auch von den Führers in Sachsen sein. Ja, das wäre aus der Wiese gewesen, wenn Sie jetzt mit Ruhe erhobt wäre. Äh, oh. Ja. Naja doch, das ist ja kein Ding. Da springt der locker drüber. Ganz locker, da passiert nichts. Ganz ruhig. Ja, und da haben wir voll Ballett gemacht, in der Halle einen Galopp. Dann drüber, und dann ist er immer weggerutscht. In der Halle, da war dann durch die Schwindigkeit, weil der Raum so kurz ist. Guck mal, Schraub. Du möchtest das Bein zurück. Und dann geht's durch. Und dann geht's durch. Du möchtest gerade sein. Zu, die lange Strecke. Und, habt ihr noch zwei? Ich hab euch schon gehört. Hallo. Hi. Was ist denn, Klo? Die Sonne. Was? Die Sonne? Oh. Du kriegst alles kaputt. Das war schon kaputt, ja? Das hab ich jetzt auch gesagt. Silke, sag was. Ja. So reicht. Ich bin los. Das dachte, ja? Ja. 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 Ja, nein. Ja. Ja, nein. Sorry. Nicht so schlimm. Fiebe ich überhaupt? Ach ja.